Die Aktie von McDonalds hat in den letzten Wochen nicht gerade brilliert. Wir haben viele andere Aktien gesehen, die deutlich besser performt haben als McDonalds. Und das ist vielleicht jetzt gerade eine Möglichkeit, die Aktie anzuschauen, ob hier weiteres Potenzial besteht, ob man von dieser Korrektur profitieren kann, um seine Position weiter auszubauen oder endlich mal einen Einstieg zu finden bei McDonalds. Wir werden uns somit in diesem Video ein kurzes Update anschauen. Die grosse Analyse habe ich bereits vor etwa einem Jahr gemacht. Die könnt ihr auch gerne nochmal anschauen. Hier geht es darum, dass wir jetzt schauen, wie hat sich das Unternehmen innerhalb eines Jahres verändert. Rein von den Kennzahlen her, von den Bewertungskennzahlen, aber auch von technischen Komponenten aus der Chartanalyse. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt euch einfach dran und schaut dieses Video bis zum Schluss. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Also, die letzten Videos auf meinem Kanal sind bereits eine Weile her. Ich habe eine kleine Pause gemacht, bin jetzt aber wieder da. Und da muss man sagen, dass das vor allem technologielastige Unternehmen waren. Jetzt haben wir McDonalds, ganz klar ein Unternehmen aus dem Konsumbereich, zyklischer Konsum. Und jetzt muss man sich aber fragen, ist denn McDonalds wirklich noch ein traditionelles Unternehmen aus dem Konsumbereich? Oder könnte es nicht auch sein, dass wir es mittlerweile sogar mit einem Technologieunternehmen zu tun haben? Worauf will ich hinaus? Ich habe hier diese Schlagzeile gelesen von Reuters. Big Mac wird zu Big Tech mit ein paar Schluckaufs. Also, im Prinzip muss man schon sagen, dass McDonalds wirklich so ziemlich jeden kleinsten Prozess in seiner Wertschöpfungskette mittlerweile digitalisiert hat. Und man ist hier wirklich technologisch sehr weit vorne. Also, geht mal in eine McDonalds-Finiale, vergleicht das Ganze vor zehn Jahren, was sich hier verändert hat. Das ist schon massiv. Und somit muss man schon sagen, haben wir es mittlerweile nicht einfach mit einem Technologieunternehmen zu tun, das zufälligerweise auch Burger verkauft. Das ist natürlich etwas, ja, kann man so ein bisschen reisserisch bezeichnen. Aber schlussendlich ist das der typische Lauf eines traditionellen Unternehmens, das innovativ ist, dass man halt auch wirklich sich verändert und auf die Gegebenheiten reagiert, auf die Möglichkeiten reagiert. Das birgt aber natürlich auch gewisse Risiken. Denn wir haben gesehen, dass jetzt in den letzten Wochen immer mal gewisse Ausfälle stattgefunden haben bei McDonalds, weil man halt doch auch von dieser Technologie abhängig ist. Also, wenn irgendwo die Software ein Problem hat, dann läuft plötzlich bei McDonalds nichts mehr. Dann wird kein Burger mehr gebraten, etc. Muss man sich bewusst sein, ist das ein grosses Problem? Nein, weil wir leben in einer digitalen Zeit. Also, ich finde das eine sehr gute Entwicklung bei McDonalds, dass wir hier wirklich zu einem Digitalunternehmen werden. Also, kleine Einleitung. Jetzt gehen wir aber wirklich rein. Schauen wir uns mal an, was hier McDonalds in den letzten zwölf Monaten performt hat an der Börse. Wir haben hier einen Überblick vom S&P 500 Total Return. In dieser Periode hat dieser Index etwa 29% zugelegt. Wir haben Restaurant Brands International als Vergleichsunternehmen mit 16% Rendite, McDonalds minus 4%, Starbucks minus 15%. Also, wir sehen da schon mal, mit McDonalds hätte man ganz deutlich den Markt underperformed. Also, er hätte wirklich eine schlechte Rendite hingelegt. Und deshalb ist es wirklich mal interessant zu schauen, hm, ist diese negative Performance an der Börse, hat die einen bestimmten Grund, dass das Unternehmen einfach sich schlecht entwickelt? Oder ist es einfach zurückzuführen auf Branchenrotation, dass momentan einfach andere Branchen mehr gefragt sind und deshalb hier einfach eine Korrektur stattfindet, die für langfristige Investoren durchaus spannend sein kann. Also, konkret schauen wir uns mal die Umsatzentwicklung an. Die letzte Analyse habe ich im Februar 2023 gemacht. Und jetzt ist es natürlich ganz spannend, dass man sich mal anschaut, wie hat sich das Unternehmen seither entwickelt? Die Prognosen, die man damals herausgegeben hat, vergleichen wir jetzt mit den heutigen Prognosen. Und da lässt sich schon was daraus zurückschliessen, ob das Unternehmen jetzt sich besser entwickelt hat, als er erwartet, oder schlechter. Also, konkret gesagt, hier im Februar 2023 haben wir für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz geschätzt von den Analysten von etwa 24,3 Milliarden. Was ist jetzt effektiv passiert? Wir haben einen Umsatz der Ziel von 25,5 Milliarden. Also, deutlich mehr, als man das in der breiten Masse der Analystenkonsens erwartet hat. Das ist sehr positiv. Schauen wir uns jetzt mal die Prognosen für die nächsten Jahre an. 2024, da haben wir damals knapp 26 Milliarden erwartet. Jetzt sind wir hier schon bei einem Erwartungswert von beinahe 27 Milliarden. Also, auch die Prognosen für die Zukunft haben sich jetzt innerhalb eines Jahres nochmal deutlich beschleunigt und verstärkt. Rein aus Umsatzperspektive somit ein gutes Bild, ein besseres Bild, als noch vor einem Jahr. Schauen wir uns die Margensituation an. Hier vom Februar 2023. Da haben wir die Margensituation vom Ende 2022 angeschaut und gesehen, dass wir eine operative Marge von etwa 44,6 Prozent haben. Eine Netto-Marge von 26,6 Prozent. Grundsätzlich steigende Margen. Das ist natürlich sehr positiv zu werten. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das heute aussieht. Vergleichen wir das mal direkt. Also, die Margensituation hat sich auch nochmal ein bisschen verbessert. Vor allem von der operativen Marge, da geht es noch so. Aber die Nettomarge hat deutlich zugelegt auf 33 Prozent, verglichen mit 26,6 Prozent im Vorjahr. Also, hier geht es alles in die richtige Richtung. Wir sehen natürlich jetzt auch, dass der Umsatzrückgang in den letzten Jahren aufgrund der Umstellung ins Franchise-System, dass das Ganze jetzt wirklich umdreht und die Umsätze auch wieder nachhaltig anziehen. Das gekoppelt mit mehr Effizienz, Effektivität, gesteigerte Margen führt natürlich dazu, dass auch die Gewinne entsprechend sehr stark anziehen. Also, hier wirklich ein gutes Bild, auch nicht nur umsatztechnisch, sondern auch margentechnisch. Man holt mehr raus als jeden umgesetzten US-Dollar. Gut, jetzt schauen wir uns noch die Gewinne an. Auf das kommt es schlussendlich darauf an. Gehen wir zurück in den Februar 2023. Wir haben für das Jahr 2023 hier geschätzt gehabt, also die Analysten da draussen. Das waren wahrscheinlich um die 20, 30 grosse Analystenhäuser da draussen. Die haben etwa 10,60 Dollar Gewinn prognostiziert. Effektiv eingetreten ist dann ein Gewinn von fast 12 US-Dollar, also deutlich mehr, als man hier auch erwartet hat. Auch die Prognosen für die nächsten Jahre wurden noch mal nach oben korrigiert mittlerweile. Also auch hier, ganz klar, wir haben es jetzt schon hergeleitet, der Gewinn widerspiegelt die ganze Situation. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also, jetzt noch ein Blick ins Herz des Unternehmens, in die Bilanz, die Verschuldungssituation von McDonald's. Da haben wir im Februar 2023 schon gesehen, dass wir halt schlussendlich doch von den Schulden her auf einem Niveau sind, die nicht gerade klein ist, die Schuldenquote. Aber das lässt sich natürlich auch ein bisschen relativieren mit dem Immobilienportfolio. Die Immobilien, die man hat, die sind mittlerweile viel, viel mehr wert, als man die effektiv damals natürlich gekauft hat und auch bilanziert hat. Von dem her gesehen, haben wir damals schon gesagt, dass die Verschuldungssituation wahrscheinlich eher unproblematisch ist. Die Tilgungskraft haben wir auch relativiert, durch das, dass wir natürlich auch eine hohe Dividende bezahlen. Wenn wir jetzt aber den Free Cashflow ins Verhältnis setzen mit den verzinsten Schulden, ist das alles noch im Rahmen. Jetzt, die aktuelle Situation sieht wie folgt aus. Wir haben die verzinsten Schulden noch mal ein bisschen erhöht bei McDonald's. Führt aber nicht dazu, dass die Schuldenquote für Zins prozentual auch angestiegen ist. Die ist gleich geblieben. Somit muss man einfach sagen, dass natürlich grundsätzlich die Vermögenswerte von McDonald's angestiegen sind. Dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn die Schulden in US-Dollar auch mit nachziehen. Wir haben einen Free Cashflow von 7,2 Milliarden erzielt per Ende 2023, verglichen mit einem Free Cashflow von 5,5 Milliarden per Ende 2022. Also hier deutlich mehr Free Cashflow. Das führt natürlich dazu, dass dann auch schlussendlich die Tilgungskraft sich verbessert hat. Also man kann seine verzinsten Schulden somit natürlich auch in kürzerer Zeit zurückzahlen. Wenn man das wollte, muss man aber natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist es ein guter Wert. Was wir auch ganz klar sehen, was hier raussticht, ist einfach, wenn wir uns die Treasury Stocks anschauen. Die 67,8 Milliarden von 2022 verglichen mit den etwa 74,6 Milliarden aus dem Jahr 2023. Da sehen wir ein Plus von 6,8 Milliarden US-Dollar. Also McDonald's hat wieder einmal massiv in Aktienrückkäufe investiert, hat für 6,8 Milliarden US-Dollar Aktien zurückgekauft. Und das ist natürlich auch ein starkes Zeichen und sollte den Aktienkurs nachhaltig auch sehr stark stützen. Also auch hier für bestehende Aktionäre ist es eine gute Nachricht. McDonald's selbst ist offenbar auch überzeugt, dass die Aktie attraktiv bewertet ist. Sonst würde man nicht so eine grosse Menge in sich selbst investieren. Das sind so verschiedene Zeichen, die hier uns signalisieren, dass wir hier auf dem richtigen Kurs sind. Also auch hier Bilanzperspektive, Schuldensituation für mich absolut im grünen Bereich. Gut, was meinen die Analysten da draussen? Auch hier vergleichen wir wieder die Situation vor einem Jahr. 20 Februar 2021, da war bereits das Ganze sehr optimistisch. Wir haben keine Analysten gehabt, die zum Verkauf empfohlen haben, die Aktie. Das sieht heute nicht anders aus. Wir haben keine Verkaufsempfehlung. Wir haben hauptsächlich Kaufsempfehlungen oder Halteempfehlungen. Also das auch hier aus breiter Front 36 Analysten, die hier eine Meinung abgeben, die grundsätzlich sehr optimistisch sind. Das Kursziel würde ich jetzt hier überhaupt nicht gewichten. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man hier das Ganze, wie man darauf kommt. Es ist auch immer schwierig zu sagen, wann die Kursziele von den Analysten herausgegeben wurden. Da wird irgendwo ein Durchschnitt errechnet. Deshalb hier für mich absolut keine Relevanz. Aber rein vom Gesamtbild her, von der Stimmung her, ist man hier wirklich nach wie vor zuversichtlich. Gut. Der faire Wert der McDonalds-Aktie. Jetzt wird es interessant aus fundamentaler Perspektive. Schauen wir uns mal an im Februar 2023. Da haben wir folgendes Bild gehabt, dass wir eine überbewertete Aktie hatten. Die Aktie war nicht massiv überbewertet, aber sie war doch deutlich über dem fairen Wert, basierend auf dem bereinigten Gewinn. Wir hatten damals ein KGV bereinigt von etwa 26,7, verglichen mit dem 10-jährigen Durchschnitt von 23,4. Das ist eine Überbewertung. Also, hier fundamental haben wir gesehen, okay, vom Einstieg her wahrscheinlich nicht gerade unbedingt der beste Moment, um eine langfristige Position aufzubauen. Gut. Jetzt hat sich das ja wie folgt entwickelt. Die Aktie ist zunächst einmal angestiegen, hat danach aber wieder konsolidiert. Es ist wieder eine Korrektur reingekommen. Stand heute sind wir etwa ungefähr auf dem gleichen Stand wie vor einem Jahr. Plus, Minus. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass wir zwar vom Aktienkurs auf dem gleichen Niveau sind, aber die Bewertung, da die Gewinne ja schön angestiegen sind, natürlich sich verbessert hat. Und Stand heute muss man sagen, dass die Aktie auch wieder basierend auf dem bereinigten Gewinn, historisch betrachtet über die letzten 10 Jahre im Durchschnitt, nun relativ attraktiv bewertet ist. Also, wir haben dieses 22,3 KGV bereinigt mit dem historischen Schnitt über die letzten 10 Jahre, 22,5. Also, da sind wir eigentlich ziemlich genau auf dieser fairen Bewertung. Und somit kann man sagen, Stand heute, wenn man investiert in die Aktie von McDonalds, kaufen wir uns diese zu einem attraktiven Preis. Wenn man sie vor einem Jahr gekauft hätte, hätte man sie zu einem teuren Preis gekauft. Und es hätte sich tatsächlich auch nicht gelohnt, damals hier wirklich als Langfristposition einzusteigen. Also, das ist wirklich sehr spannend, wenn man sich jetzt das hochrechnet. Für die nächsten Jahre ergebe sich ein theoretisches Renditepotenzial. Das ist wirklich nur theoretisch, rein basierend auf den fairen Werten. Was dazwischen natürlich passiert, können wir nicht wissen. Wir haben keine Glaskugel. Aber wenn sich das so entwickelt, die Gewinne von McDonalds, wie man das prognostiziert, und die wurden ja tendenziell in den letzten Jahren eher wieder übertroffen, die Erwartungen. Da kann man sagen, dass man bis Ende 2027 ein Renditepotenzial von etwa 50% hat. Aufs Jahr runtergebrochen sind das 11,7% pro Jahr. Da wird es wirklich langsam interessant. Und man sagen kann, hier hat man tendenziell die Möglichkeit, einen Markt auch outzuperformen mit der Aktie von McDonalds. Und auf diesem Bewertungsniveau vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Also deshalb Timing beim Einstieg von Aktien sehr, sehr entscheidend. Weil das führt wirklich dazu, dass man auch langfristig über viele Jahre hinweg einige Prozentpunkte mehr rausholen kann. Gut. Ganz kurzer Unterbruch, bevor es mit dem Video weitergeht. Du hast jetzt noch die Möglichkeit, einen 1 zu 1 kostenlosen Beratungstermin mit mir zu buchen, auf meiner Website www.matthiaskristen.com. In diesem Termin sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, wie du dastehst an der Börse, ob du bereits investiert bist oder das vorhast. Wie sieht dein Plan aus? Was hast du für eine Strategie? Bist du langfristig orientiert oder eher kurzfristig orientiert? Du kannst von meiner 15-jährigen Erfahrung profitieren. Ich kann mal ganz nüchtern auf dich eingehen und zu schauen, was für dich eine sinnvolle und richtige Strategie ist. Und wir sprechen darüber, wie ich das persönlich für mich umsetze. Das kostenlose Beratungsgespräch ist absolut unverbindlich. Du kannst wirklich nur davon profitieren. Ich würde dir empfehlen, so schnell wie möglich dich anzumelden, damit du dir noch einen Termin sichern kannst. Ich würde mich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Dein Matthias Christen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch technisch an. Die technische Analyse der McDonalds-Aktie. Hier nochmal ein kleiner Rückblick. Februar 2023 im Wochenchart. Da haben wir gesehen, dass sich hier so ein gewisses Top gebildet hat. Und wir dann auch gesagt haben, hier aufpassen, bis wir hier diesen Widerstand nicht überschreiten, sollte man hier definitiv die Finger davon lassen, weil die Aktie auch fundamental zu teuer war. Schlussendlich haben wir dann den Ausbruch gesehen. Das wäre jetzt aus kurzfristiger Trading-Perspektive natürlich interessant gewesen. Für ein langfristiges Investment wäre das für mich trotzdem keine Option gewesen, hier einzusteigen, weil einfach die Bewertung zu teuer war. Also, was ist hier passiert? Stand März 2024 im Wochenchart. Wir sind hier ausgebrochen aus diesem Widerstand, aber halt nur kurzfristig. Die Aktie hat hier angezogen, ist auf etwa 300 US-Dollar aufgekommen von etwa 267. Und ist danach aber relativ schnell wieder zusammengebrochen. Und wieder in diesem Trendkanal, hat sich wieder im unteren Bereich des Trendkanals hier gefangen. Ist wieder nach hochgekommen, wieder auf die etwa 300 US-Dollar, jetzt wieder eingebrochen. Jetzt sind wir auch wieder im unteren Bereich des Trendkanals. Und damit muss man einfach sagen, ja, okay, die Aktie ist volatil, die bewegt sich in dieser Bandbreite. Und deshalb macht es auch absolut Sinn, wenn man sich hier die Aktie ins Portfolio holt, wenn wir vielleicht eher mal in diesem unteren Bereich dieser Bandbreite sind. Das ist jetzt keine Anlageempfehlung, keine Kaufempfehlung. Schlussendlich spielen für mich dann auch noch kurzfristige charttechnische Signale im Tageschart eine Rolle, wenn ich einsteige oder nicht. Aber natürlich, das Bild heute viel, viel interessanter als noch vor einem Jahr, auch aus charttechnischer Perspektive. Hier muss man jetzt wirklich sagen, im Tageschart sehen wir gerade ein negatives Momentum. Wir sind hier abgeprallt an dieser magischen 300 US-Dollar-Marke. Das wird dann wirklich wieder spannend, falls wir wieder da hinlaufen, wenn wir die Marke überschreiten und die Aktie dann immer noch attraktiv bewertet ist, dann wird es natürlich spannend. Stand heute sind wir hier wirklich in einem Abwärtstrend drin. Also wir sehen hier fallende Hochpunkte, fallende Tiefpunkte sind jetzt auch unter der 200-Tageslinie. Momentan ein klassisches fallendes Messer. Also rein aus charttechnischer Perspektive, natürlich bietet sich hier kein schneller Einstieg. Aus fundamentaler Perspektive muss man sagen, die Aktie ist jetzt attraktiv bewertet. Ich würde auf keinen Fall hier einfach blind ins fallende Messer meine volle Position eröffnen. Man kann das tranchenweise machen. Ich bin aber immer ein grosser Fan, der Grossteil meiner Position erst zu eröffnen, wenn wir wieder steigende Kurse sehen. Aber hierzu habe ich auch ein ganz klares Regelwerk, wie ich das definiere, wann für mich, wann ich davon spreche, dass wir wieder steigende Kurse haben, wann nicht. Also das hier aus technischer Analyse. Eher kurzfristig betrachtet, negatives Momentum. Langfristig betrachtet, im Wochen- oder im Monatschart sind wir aber durchaus noch in diesem langfristigen Aufwärtstrend drin. Also das Fazit, nochmal zusammengefasst, auch von der grossen Analyse. Vor einem Jahr, also wir haben wirklich einen tollen Burggraben bei McDonalds. Wir haben ein innovatives Unternehmen, eine solide Bilanz. Das Verzins der Fremdkapital ist durch das Kernvermögen gedeckt. Steigende Margen, breit diversifiziert, Immobilien an der besten Lage überall auf der ganzen Welt. Relativ krisenresistent. Der Aktienkurs ist nach wie vor in einem langfristig übergeordneten Aufwärtstrend. Die Bewertung ist mittlerweile auch wieder attraktiv. Negativ zu bewerten ist einfach, dass wir kurzfristig ein negatives Momentum haben. Charttechnisch betrachtet sogar einen kleinen Abwärtstrend unter der 200-Tageslinie. Immer etwas problematisch. Also von dem her gesehen bietet sich für mich hier für langfristige Investoren durchaus ein gewisses Potenzial. Für kurzfristige Trader würde ich hier definitiv wieder auf positives Momentum warten. Nicht ins Fall der Messe greifen. Das ist meine persönliche Meinung. Keine Anlageberatung nochmal hier an dieser Stelle erwähnt. Und wenn dir diese Analyse gefallen hat von McDonalds, lass mir bitte ein Like da. Abonnier diesen Kanal. Es kommen immer wieder Updates zu bestehenden Analysen von mir. Es kommen auch immer wieder neue Aktien, die ich analysiere von Grund auf. Und wenn du für dich lernen willst, wie du Einstiege findest bei Aktien, sei das aus langfristiger Perspektive oder sei das für eine Swing Trading Strategie, dann schau mal vorbei auf www.matthiaschristen.com. Melde dich an für ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch. Dann sprechen wir darüber, was für dich mehr Sinn macht. Kurzfristiges Handeln, langfristiges Handeln oder Anlegen. Und entsprechend dessen würden wir darauf eine sinnvolle Strategie für dich erarbeiten. Also, der erste Termin ist absolut kostenlos. Du kannst einfach mal dir das anhören, wie dir das gefällt. Du kannst da bereits einige Learnings mitnehmen. Würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen, mich mit dir auszutauschen. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen. Dein Matthias Christen.